Was geht Gamer Freunde und willkommen zu einer Runde Call of Duty Cold War. Mit dabei ist der G-Star Ahmet. Sag mal, hallo Bruder. Was geht ab, meine lieben Saiyajans? G-Star, der Prinz der Saiyajans ist hier, back in the house, zu einem neuen Call of Duty Cold War. Ich wollte schon gerade Black Ops sagen. Cold War. Sucht ihr ein Map? Achso, stimmt. Wow, Satellite hatte ich in der Beta gespielt, diese Wüsten-Map. Die Map ist richtig geil. Zwar keine Map für MP5, aber... Ach ja, übrigens, er hat seine Aufsätze und so wieder. So, haben wir da ein bisschen rumhantiert. Auf jeden Fall schnelles Magazin draufgetan. Damit das jetzt ein bisschen schneller geht und dann gucken wir mal. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, mal schauen, wie er sich jetzt hier anstellen wird. Und noch viel wichtiger, bis jetzt hat er auf jeden Fall besser als ich gespielt. Er hatte ja auch Noobs als Gegner bis jetzt. Nicht so wie ich, Digga. Gebrust. Das Ding ist, Leute, ihr könnt uns gerne sagen, auf was wir alles reagieren sollen. Vor allem auf Gaming, ne? Dann kann ich das auf meinen Gaming-Kanal hochladen. Äh, und ja, ansonsten... Oh mein Gott, oh shit, klar. Leider, leider. Ja, ansonsten viel Spaß dabei, Digga, ihm bei dabei zustimmen. Schauen wir, wie er hier versagt. Oder auch natürlich... Vielleicht, vielleicht rasiert er das auch, ne? Nur weil er jetzt gerade versagt, heißt nicht, dass ein Versager bleibt. Schauen wir mal. Ah, diese Map ist aber echt geil, Digga. Die Map ist richtig geil. Was ist da? Ich dachte, dass der Scheidempfer da drauf. Das ist einfach eine Taschendampe. Ich weiß nicht, warum das Cup-Controller nicht vernünftig funktionieren will. Also die hinteren Knöpfe wollen einfach... Ich bin im Zwischen daran gewöhnt. Ja, Ehm ist auf jeden Fall da. Besser als bei dir vorher, Wilhelm. Ja, alles klar, Bruder. Bei dir war er richtig. Ja, alles okay, Bruder, ist okay. Bei mir hat er auch eigentlich nur gelackt, Digga. How the fuck did he not die?! What the fuck?! Also er hat ganz schön tief bei dir geschossen, würde ich sagen. Aber er war richtig tief. Aber ab sofort kannst du keine Kinder mehr haben. Du bist jetzt aber genug, Bruder, du schmissen. Da war einer. Ist weg schon. Hä, sicher? Ja, ich habe ihn vielleicht falsch gesehen. Warte, guck, da ist einer gestorben. Ja, guck, ich habe doch gesagt, da war einer. Jetzt schaut. Links war aber auch einer, Bruder, du musst auch was. Ah! Habe ich das genommen oder nicht? Nein, irgendwie Verbindungsfehler gewesen. Guck mal, ich weiß nicht warum, Digga. Ich muss mal gleich gucken, warum diese Verbindungsfehler immer wieder kommt, Digga. Es lag dadurch ziemlich viel, Digga. Ich dachte, ich hätte die Granate mitgenommen. Es lag bei dir auch, Bruder, man sieht das sogar. Ja, Freunde, ich habe ja trotzdem Schwarz dabei. Weil, nice. Einfach das wegwerfen werde ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ich werde das auf jeden Fall hochlagen, ne? Oh, die Dings ist ja geändert worden. Ja, ändere das, wenn du willst. Mach ich gleich. Auf die schwulste Einstellung, Ufo. Da, links unten war einer. Oh, no, 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 no. Oh mein Gott, das war knapp. Ich bin James Bond, Junge. Ja, ja, bist du nicht. Da hinten. Und da war einer. Wow. Und da ist noch einer. Die wollen echt über die Wüste, Digga. Ja, ich sag doch, diese Map ist, Digga. Da ist einer. Nein, 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 ich hätte weggehen sollen, ja. Da unten unter dir war auch einer, ne? Was? Oh mein Gott. Unter dir war auch einer. Hier vorne ist einer. Er hat ihn geholt. Hast du ihn nicht gesehen gehabt? Er ist doch von da, wo du den einen Typen gekillt hast, er ist ja runtergelaufen, äh, untenrum ging er. Ach was, einer. Da links, 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 ruf. Ja, ja, rechts auch. Oh, der hat mich. Der ist schon wieder, der zählt mich die ganze Zeit. Oh, der Typ hat richtig ein Prozent Leben gehabt, gerade. Oh, der Typ hat richtig ein paar Leute, ey. Hier ist einer. Oben war auch einer, glaube ich, der hat auf dich geschossen. Aber dein Kamerad hat ihn schon geklackt. Geh flachs, Bruder, die Verbindung fickt gerade mein Leben, Digga. Schritte. So, Bruder, Junge. Ey, Junge, warum immer ich? Lass mich doch mal in Ruhe. Digga, Ahmed, du bist echt ein kranker Spieler, Digga. Nein, Mann, Junge, das ist nicht, Digga. Und, 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 und. Hä, was, ah, ich dachte, ich hätte noch C4. Der wird hier nicht lang kommen. Nein, Mann, Mann. Oh, Digga, der Kamerad von hinten, alle. Was ist denn da los? Der, der töntet mich die ganze Zeit. Du kannst deine L1 R1 machen, ne? Ach so, stimmt. Das Trophy System. Na, komm her. Jetzt wird eben richtig reingekackt, wenn er kommt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, mein Gott. Oder wäre der nicht geklackt, als er auch noch geholt, Digga. Eine Millisekunde länger. Der Mate hat ihn zu spät gekillt, Digga. Okay, der wird abgeballert. Ach, geschützt ist das, okay. Da ist nur noch ein Gegner, Bruder, da rechts. Irgendwo hier ist noch einer. Da, okay. Ey, die ist blöde geschützt. Hier ist er. Oh, was war das? Er hat mir einen Headshot gezogen. So was für ein Sniper. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Er hat deine Ehre komplett auf sich genommen. Ich kann mich eigentlich echt vergraben. Er hat komplett verkauft, Digga. Ja, Mann. Da ist er da. Warum habe ich die MP5 jetzt in der Hand? Habe ich Klasse gewechselt? Was? Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast. Oh, hä? Ach nee, das ist geil. Ich habe dieselbe Waffe noch. Ach so, oh. Oh. Hinter dir ist noch jemand. Stress auf den Dreh, dich an, Bruder. Oh mein Gott, was war das? Ja, hinter dir, Bruder, oder? Nein, nein. Oder hier unter dir. Ey, das ist schon wieder derselbe Typ. Und der mag nicht, Bruder. Was soll ich sagen? Der hat sich ein... Hast du schon viel System? Ja, egal. Brügt mir nichts. Digga. Man muss schon sagen, deine Gegend sind fast nichts. Hä? Was war denn das jetzt schon wieder? Einfach scheiß Able. Nein, Mann. Der läuft mit dem Messer durch. Nein. Bruder, sei mal ehrlich. Ich muss ja nicht mehr. Oh, ich bin mit zwei Schüssen nicht mal gerade gestorben. Toffee System. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Oh, da, da. Okay, ich gucke mal rechts, Bruder. Da siehst du die Schüsse, war noch? Ja, war da, hier war auch noch gerade einer. Ah, hier sind viele. Ja. Oha. Oha. Ja, ich hab den Wett-Hopps genommen, Digga. Dieser Sniper-Typ, Digga. Nee, das ist ein King-Sniper. Oh mein Gott, das ist sowas wie die MK-14 oder so. Da unten. Wo hin, Bruder. Wo hin, Bruder. Oh, Junge, ich denke die ganze Zeit, ich hab C4, Mann. Okay, ich hab einen Kill noch bekommen. Okay, hier ist jemand verweckt. Komm, zeig dich. Links hinter dir, Bruder, da kommen die Leute, Bruder. Hier sind richtig viele jetzt. Nein, Mann. Du bist genau in seinen Schussbank gespuckt. Ja, Mann, Digga. So schön, Brie. Spionage-Flugzeug hast du? Ey, dieser Typ, ne? Oh, mein Gott. Nein. Oh, Junge, ich denke die ganze Zeit. Okay, er ist tot. Mein Heli macht die ganze Zeit die Kill. Bruder, du machst das Heli. Hä? Oh mein Gott, egal. Ah, hier ist noch einer. Wechsel die Pistole, die macht die... Oh, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, Bruder, da. Wie konntest du den dir vorbeilaufen lassen? Ich hab den gar nicht gesehen. Ich würde sagen, sogar hinter dir. Er dreht sich einfach so wie ein Behindertag. Was macht der, Digga, Mann? Die Lost kann man sein. Bruder, er macht ein Gebet. Echt? Okay, der lebt dann auch. Der... Oh, das war ja gut, Digga. Der letzte Schuss. Der letzte Schuss, Digga. Oh, ich finde so One-Shot. Nee, da kommt gleich der Schuss. Okay, der ist tot. Da oben. Komm. Hier ist noch einer. Links in zwei. Okay, der ist tot. Ich hab keine Muni mehr. Oh mein Gott. Oh, ich hab dir alles zurückwerfen. Guck mal, der hat perfekt auf dich gekriegt. Ja, Mann. So perfekt, Digga. Wir wissen welche. Oh, wer gut da. Er hat sich selber getötet. Warte, ich hab einfach vier Leute geklatscht damit. Nerv nicht da hinten. Jo, jo. Kam hier, Digga. Hier, wie ich so. Er hat echt vier Leute von euch oder so weggeklatscht, Karim. Oh, was war das für ein Sprung, Digga? Und was war das überhaupt für ein Ziel, Digga? Du hast ja genau... Ich bin gesprungen, irgendwie. So ein Zeitsprung habe ich wieder gemacht. Verbindung hat es wieder gesagt mit guten Morgen. Ja, gut. Ja, Junge. Jo, Digga. Wir machen einen Sieg. Was hast du für eine Kude? 35, 16, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1. Das ist sogar du. Das bist sogar du. Nein, nein, bin ich nicht. Ich dachte, das wärst du. Weißt du, warum? Weil du so auf diesen Weg gegangen bist. Der hat auch so blaue Geschosse. Das war das, das ist die PP90, die gibt es ja. Er hat gut Blut vergossen. Ja. Joa. Bullfrog. So, Gamerfreunde. Hast du noch irgendwas zu sagen, mein Freund? Ich hab gar nichts zu sagen. Warum machst du nicht, was du sagen, Digga? Sag mal irgendwas, sag mal irgendwas, was du sagen, Bruder. Ja, was soll ich denn sagen? Was weiß ich, dass du vielleicht zurückkehrst und so? Nein, Loha. Nein, nein. So, Gamerfreunde. Dann sag ich mal so viel, dass ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Haut rein.